Ein Polizist. Weißt du eigentlich, wo es lang geht? Keine Ahnung. Ein kleines Nest. Ein idyllisches Leben. Heute Morgen gegen 9 ist Jimmy Conway aus dem Hochsicherheitsgefängnis von Western Bay ausgebrochen. Doch der Schein trügt. Wenn Jimmy Conway in diese Stadt einreitet, bringt er die Hölle mit. Wenn wir ihn stoppen, werden wir alle sterben! Wir werden mit dieser verdammten Sache auch ganz allein fertig. Wir haben einen entflohenden Mörder hier draußen, der jeden Mann in der Stadt umbringt und Sie schlagen vor, keine Hilfe zu holen? Red Hill. Was zum Teufel ist hier los? Am 25. September um 20.15 Uhr bei Kinowelt.TV